Und damit willkommen zurück bei einer neuen Folge, da an die Gaming Recap Episode 356. Jo, die Zahlen absurd, absurd, 3, 5, 6. Letztes Mal hatten wir, ne das ist schon lange her, 3, 4, 5, schon ne weiter her, egal. Leute, willkommen zurück bei einer neuen Folge, wir starten rein mit Episode 21 vom LS22, bald haben wir dann LS22, Episode 22 vom Platinum Expansion. Ich glaube, da ist wieder einiges passiert, das müsste wieder eine neue Aufnahmesession gewesen sein. Inzwischen drin, glaube ich, habe ich ordentlich was geschafft. Das heißt, schaut auf jeden Fall rein, ging ordentlich was vorwärts. Und jo, war ne coole Staffel, ist noch nicht ganz vorbei, aber ich sag mal so viel, wir nähern uns dem Ende. Insgesamt sind es 23 Folgen, also bald sind wir hier leider auch schon wieder durch. Genau, dann haben wir Portal, da gehe ich jetzt gar nicht weiter drauf ein, Episode 11. Ähm, ja, einfach ein Gameplay-Mod, aber ein ziemlich guter, mit ziemlich viel Spielzeit auch extra. Also auf jeden Fall nicht schlecht. Modern Warfare 2, Episode 139, Bad Time, ist dann wieder am Start. Und jo, ballern, immer wieder cool. Modern Warfare 2 sowieso, von dem her, wird uns das auch noch eine Weile begleiten. Dead Space 3, Episode 9, wird uns auch noch eine Weile begleiten, weil eben, wie gerade schon gesagt, Episode 9 erst. Und es sind, glaube ich, weit über 30 Folgen geworden, wenn nicht sogar fast 40, glaube ich. Also da haben wir noch ein Weilchen zu gehen. Ein Weilchen zu gehen haben wir auch noch, aber das machen wir beim nächsten Mal dann. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau.